Oh, oh, gleich weg, 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 hier. Und raus. Und gleich hier hinten. Hier hoch. Hier rechts außen, ne? Ja, und dann oben in das Ding reingehen. Genau, in den Ding so kannst du placen. Hier ist einer, ich höre einen. Ich renne hoch. Ich cover dich. Ah, okay. Ist er bei der Tür? Hier. Und ich kann jetzt hinten raus, ne? Da musst du raus? Hast du geplaced? Ja. Es hat den Ding gemacht. Ich komm rein. Okay, oben ist einer. Ganz oben. Wo bist du? Hab ihn. Ich bin oben, ganz oben. Ich bin hinten da, wo du hochgegangen bist. Ja, ich bin in den Romenrechtshallen gegangen. Ich komm raus kurz hier mit der Waffe. Ja. Level 40 hier. Danke für eine Buchse. Ich bleib nur stehen und höre, ne? Ja, genau. Ja, genau, genau. Perfekt. Gut. Alright. Okay, ich höre einen. Ich auch nach links hier bei mir und dann durch die Tür nach draußen. Ja. Wir gehen da auch gleich hinten rechts runter. Oder können wir gleich zurück gehen. Ich guck gleich mal. Ich muss kurz stacken. Ich höre Glas, das ist Treppe. Treppe. Bei dir da hinten, ne? Ja. Ja, ich muss kurz was geben. Er sieht mich. Ja, er kommt. Hab ihn getroffen, aber der ist wieder rausgelaufen. Ja. Hier ist noch einer bei mir hinten. Hab ihn. Lade. Bei mir läuft einer. Runden. Ich komm bei dir lang. Ja, ich bin oben. Lauf frei. Ja. Hinten kommt gleich einer hinter uns. Lauf runter. Okay. Bin unten. Geh rein. Rechts lang. Okay. Ich komm auch. Okay. Ich geh nach hinten gleich raus. Ich komm da nicht runter. Missfeier. Durch. Ich komm nicht raus hier, ne? Ich hab hier keinen Schlüssel. Fuck. Ich hab auch keinen mitgenommen. Okay. Bisschen Deckung. Dann suchen wir mal gleich Ausgänge. Gehen die gleich mal ab. Ich muss nur nachladen. Jetzt muss alles raus. Mhm. Null. Ich hör längs ein. Ja, ich mach weiter, ne? Vielleicht kannst du ihn erwischen. hinter mir. Oder links. Ich hab die. Ja, er kommt bei der Tür. Wahrscheinlich ist es Gav. Okay, du kannst ihn gleich kriegen. Weil ich, ich bait ihn mal. Ja. Ganz Gav. Ganz Gav. Oh, bravum. Ich muss das hochheilen. Ah. Da kommt noch was. Der hat ne gute Rüstung. Der jetzt kommt? Ne. Der hier liegt. Ist ne Fünfer, glaube ich. Warte. Guck mal zur Tür. Hier sind noch mehr Eingänge. Mk3, er ist der beste MRE. Und H hogyha, das dak. Okay. Einer ist hier rechts. Der hat uns gehört. Ich bin rechts, nehm auch kurz Ibo, so ich muss aber langsam raus, ne? Gut, dann laufen wir oben gleich raus, wir gucken einfach mal jetzt. Da wo du reinkommst, ne? Nein, nein. Ah, die liegt sogar noch. Ah, Spieler. Okay, ich geh um, geh um. Spieler, zwei Spieler. Ich geh um, ne? Ich geh um, ne? Okay, ja, musst du. Das noch was. Ich geh um, ne? Ich geh um, ne? Ich geh um, ne? Ich geh um, ne? Oh, das ist noch zu. Ich guck kurz. Ja, zu. Ich geh um, ne? Ich hab was gehört aber, in alle. We gehen hier die Rante runter. Ne, falsch, falsch. Hier. Und dann rechts. Hinten durch. Ist zu. Hinten ja. Ok, hier hinten. Komm hoch und links hinten. Hier ist der Vierer, wirst du. Ist noch ganz gut. Ja, das krieg ich gar nicht mit, Alter. Ist hier kein Ausgang, Alter. Krieg ich nicht rein. Ich hab hier MK13, aber das brauch ich ja nicht. Ja, die kommen nicht raus. Gar nicht? Hat kein anderer Spieler was aufgemacht? Ne, ist nichts aufgemacht. Wie kommen die denn raus? Alle zu, oder? Jetzt. Ich halt mich mal und dann geht's hier rund. Nein, du hast es abgegeben. Du musst einfach nur eine Runde jetzt viven können. Aber das ist wohl schwann. Mhm. Kriegst du das da jedoch? Ne. Nein. Hat der eine Granate geworfen, Alter? Hier rechts ist noch ein Ausgang. Ja. Du musst nachladen. Ich bin hier bei denen. Komm. Kommen gleich die Skev-Spieler. Die müssten jetzt drin sein. Ich lieg hier. Äh, ich steh hier. Zwischen denen. Ja, ich bin nachladen. Bei denen, ich hör dich. Was ist das? Spiele. Oh, Skev. Haben Sie einen Skev. Kann man auch munter. Hinten durch ist auch ein Ausgang. Hinten rechts durch. Ja. Ja, ja. Aber da war's Spiele, glaub ich. Links von mir. Bin durch. Bin hinten durch. Ah, hier geht's auch nicht raus. Doch, hier. Extraktion. Ja? Wo? Ja, ja. Hinten da das rote Forst. Bin raus. Gut. Yes, 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 yes. Alles kommt fast los an. Hm, eigentlich hätt ich schon fast Bock ab, drin zu bleiben und die Skevs einfach Skev-Spieler zu finken. Ich glaub ich schaff's auch. Ja, ich schaff's auch. Geil. Ich bin raus. Ich bin so im Arsch. Alles kaputt. Mein Kopf ist schwarz. Krass. Aber er war eine sehr gute Runde, muss ich sagen. Ja, das war nicht schlecht. Das war echt, äh, ja. Wie gesagt, hätten zwar generell noch ein paar Skev-Spieler jetzt weggeholzt, aber passt. Ey, die kamen an wie die Ratten grad. Die kamen an wie die Ratten grad.